2-1, 0-0, 0-1, 1-0, 1-0, 1-0. 2-1, 0-0, nach Verlängerung und machte den ersten Schritt zu seinem vierten Titel in Folge. Bilder Galerie Dell, Playoff-Hee-Finale, Adler Mannheim, EHC Red Bull München im Head-to-Head 18 Bilder Ben Smith, 24. Erzielte vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Sub-Arena die Führung für die Gastgeber, die zuletzt 2015 den Silberpokal in den Händen hielten. Mauer schießt München zum Siegmatt Steichan, 48. und Frank Mauer, 79. 30. drehten das Spiel zugunsten der Münchner, die im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie am Samstag ab 19.5 Uhr live im TV auf Sport 1 Heimrecht haben, wir sind immer besser ins Spiel gekommen und nehmen den Sieg mit. Aber wir müssen besser spielen, die Adler werden auch zulegen, sagte der Sieg der Schütze Mauer bei Sport 1, aber es ist nur ein Spiel, Jackson überholt. Zach Jackson, der in seinen zehnten Finale seinen neunten Meistertitel anpeilt, stellte im ersten Endspiel einen weiteren Rekord auf mit seinem 839. Delspiel ließ der Amerikaner die trängerlegende Hans-Zach 838 hinter sich sein Team, das sich im Halbfinale gegen die Augsburger Panther in der längsten Playoff-Serie der deutschen Eishockey-Geschichte erst nach fast 505 Minuten durchgesetzt hatte, stand gegen die ausgeruhten Mannheimer von Beginn an unter Druck. Torhüter Danny aus den Birken, einer von elf Olympia-Helden von 2018 auf dem Eis, bekam gleich viel zu tun, die Adler hatten nach ihrem Finaleinzug gegen die Kölner Haie in nur vier Spielen 8 Tage Pause. Jetzt, aktuelle Eishockey-Fanatikel kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige der erste Aufreger spielte sich aber vor der Münchner Mannschaftsbank ab Nationalspieler Markus Eisenschmidt mit sieben Treffern einer der besten Playoff-Torjäger, sackte nach einem Check von Mark Wax zusammen und musste angeschlagen in die Kabine. Siebten Eine Strafzeit gab es nicht, Eisenschmidt konnte wenig später weiterspielen. Meist gelesene Artikel Fußball, Europa League Halbfinale. Eintracht in Ekstase-Fußball, Champions League Guardiola noch der beste der Welt. Nach der FB-Affäre, jetzt spricht Krug Fußball, Europa League Blues nach sieben Tore Spektakel weiter als Hockey, der Münchensieg nach Overtime-Krimi. Die Checks wurden härter, die Emotionen kochten hoch. Nach 16 Minuten flogen erstmals die Fäuste, danach entlud sich die Anspannung immer wieder in Raufereien. Beide Teams mit starker Defensive Die beiden mit Abstand besten Teams der Haupthunde ließen zunächst kaum hochkarätige Torchancen zu, Mannheim hatte mehr vom Spiel. Die Gäste setzten Nadelstiche mit Kontern, wie durch Yassin Illes, der einen Alleingang aber nicht erfolgreich abschließen konnte. 21. Die Adlerführung fiel in Überzahl, Smith pflückte den Puck aus der Luft und schlänzte ihn mit der Rückhand über den Schoner von aus den Birken ins Netz. Danach verstärkte der Titelverteidiger seine Angriffsbemühungen und Mannheims Nationaltorwart Dennis Endras rückte mehr in den Fokus. Auf der Gegenseite hatte Matthias Plachter Pech mit einem Pfostenschuss, 39. Als Mannheim erneut in Überzahl war, gelegte Stajan aus das Spiel im Stenogramm. Adler Mannheim, EHC Red Bull München 1 zu 2, 0 zu 0, 1 zu 0, 0 zu 1, 0 zu 1 N. V, Tore 1 zu 0, Smith, 24 Uhr, 1 zu 1, Stajan, 47 zu 14, 1 zu 2, Mauer, 78 zu 21, Zuschauer, 13.600 Strafminuten, Mannheim 16, München 16, Playoffstand, 0 zu 1, Let's block it's. SCHLL 1 zu 2, 0 zu 1, 0, 6, 0 zu 1, 1 zu 1, 0 zu 1, 0, 10 zu 1, 0 zu 1, 2 zu 1, 0. Mit jemandem 6, 0, 10 zu 1, 20 zu 1, bei einer Unions-B lunis, 7 zu 3, 0 zu 1, 0, 10 zu 1, 0, 1 zu 1.